Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zu einem kurzen Video aus dem Legoland Deutschland, denn dort durften wir im Zuge der Legoland Sommernächte mit den Besuchern und einigen A-Folds an einer riesigen Lego-Dreamswelt mitbauen. Neben vielen Show-Acts, Live-Bands, der Legoland Parade und dem abendlichen großen Feuerwerk gab es natürlich auch im Park unzählige Dinge zu entdecken. Wir haben uns bei hochsommerlichen Temperaturen einmal umgesehen und euch ein paar bewegte Bilder mitgebracht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.